Hey, willkommen und danke fürs Einschalten auf Part 40 sogar, also in Part oder wie, was, ihr wisst Bescheid. Wieder mit Waluigi und Bowserbike. Ja, noch 10 Parts, oh mein Gott, der Countdown läuft sozusagen. Und dann erwartet euch eine wunderschöne Mario Kart 8 Geschichte, sozusagen. Nein, das kann man nicht so sagen. Oh mein Gott, nein, 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 nein! Nein, nein! Direkt in die scheiß Pflanze. So, stirb, du Daisy Bitch. Ähm, okay. Ähm, ich hab mal wieder keinen Plan, ich hab nichts im Kopf, mein Kopf ist totaler scheiß Müll. Alter, Alter, was machst du da? Äh, mein Kopf ist leer, wollte ich sagen. Ähm, okay. Ähm, und ich sag schon wieder zu oft M und was auch immer und ich hatte so lange scheiß Aufnahmepausen und sowas. Also, vor dem neuen Anfang von Twilight Princess und in der ganzen, oh, Arsch, Kerl, äh. Und das regt mich irgendwie auf. Ja, schon wieder so ein scheiß Kack. Wuii! Wuii! Flieg! Du kannst fliegen, weil du ein Spacko bist. Ja. Ich werd hier auch zugespam mit tollen Items, weil ich so ein Sabin. Danke. Spiel. Ein Pilz. Oh. Nein! Oh. Nein! Oh. Zuerst dachte ich, hier lässt mich genau am Shell, also Panzer raus. Dann dachte ich direkt in der Kurve, dass ich nicht mehr lenken kann und ins Gebüsch fahre oder ins Offroad, besser gesagt. Und dann, dann dachte ich, ja, was auch immer, was ich dachte. Oh, ein Pilz. Iiiiih! Welcher Penner, ey. Es gibt keine angemessene, verdammte Kackbeleidigung für die Leute, die ich hier beleidigen will. Oh ja, schon wieder. Schon wieder. Und schon wieder an derselben Stelle kann das sein. Hier wieder bei den Kurven, hier wieder beim Pilz. Den wieder... Oh. Oh. Oh, oh, oh. Oh. Sterb du Penner, Mann! Nein, 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 du haust ab. Danke. Was für scheiß Idioten hier. Kack. Fuck. Entschuldigung. Manchmal geht's mit mir durch. Eigentlich wollte ich über was anderes reden, zum Beispiel, dass ich mir mal... Ach, egal. Das kommt gleich. Ich hoffe, ich vergesse es nicht wieder, weil ich es ständig vergesse. Also bis zum nächsten Rennen. Oh, hier staubtrockene Wüste oder Ruine? Ruine. Wüste. Wahrscheinlich. Schon wieder dieses verkackte M. Ich mag eigentlich M. M ist der 13. Buchstabe Alphabet. Das ist doch eine coole Zahl. Oh ja. Gleich am Anfang eine Bulle ziehen und auf erst eins rasen. Ja. Bevor die Säulen umkippen sogar. Ja, wie cool. Ähm. Ja, war klar. Ich hab sie doch gehört. Wieso bin ich nicht ausgewichtigt? Ich hab sie gehört, Mann. Okay, das Thema, was ich ansprechen wollte, was ich nicht angesprochen habe. Und übrigens hab ich das Gefühl, ich wiederhole mich sowieso tausendmal. Aber egal, ich erzähl's immer gerne wieder. Ähm. Sind die Thumbnails? Ich brauch ja mal so tausend Jahre, bis ich irgendwann anfänge, meinen ganzen Thumbnails weiterzumachen. Weil ich, weiß ich nicht, ich hab irgendwie manchmal keine Motivation dazu. Ja. Was denk ich mir nur dabei? Was denk ich mir dabei, hab ich gesagt. Boah, scheiße. Das war mein eigener. So. Ähm. Ich hör gleich. Nein, tue ich nicht. Also doch. Irgendwie schon. Schon wieder? Was ist denn los in diesem Part irgendwie? Voll merkwürdig. Wee! Tessi, Tessi, Bia, ich werde dich tessen. Nein, doch. Doch nicht. Ey, der hatte einen Goldpitz. Ja, was auch logisch ist, weil er da gerade nach vorne gerast ist wie ein Irrer. Also was ich sagen wollte, Thumbnails, genau. Ähm. Ich muss mir Sachen überlegen. Ich mag es gerne, darüber zu reden, was für kreative Sachen man so machen könnte. Weil meistens fällt mir selber nichts ein. Nein. Also so schlimm ist es dann nicht, aber... Oft ist es so, dass ich mir Gedanken mache, aber am Ende kann ich sie nicht umsetzen. Oh mein Gott. Nein! Was tue ich nur? Ach du Scheiße. Was... Was tue ich nur für Sachen, Alter. Ich bin doch scheiße. Oh, ein Pilz. Der wird mich töten. Doch nicht. Ich dachte schon, er wird mich töten. Was man vielleicht daran gemerkt hat, dass ich gesagt habe, er wird mich töten. Oh Mann, wo? Was ist denn los? Was? Alter. Nein. Ah, ich hasse es. So. Also, kreative Sachen und so. Ich weiß nicht. Ich versuche mal, ab den neuesten Projekten ein bisschen mehr Kreativität reinzustecken in die Thumbnails. Weil die, die ich bisher gemacht habe, gefallen mir nicht so. Stirb! Ach. Okay. Ähm. Das heißt... So, ab Marokat 8, da muss ich mir noch was überlegen. Ob ich nicht vielleicht mehr selber zeichne, weil... Warum nicht? Das sieht dann individuell aus. Und das mit Twilight Princess, da bin ich schon ein bisschen zufrieden. Also, mal schauen. Oh mein Gott, wieso trinke ich jetzt? Wieso? Und schon wieder. Oh, was soll das? Deswegen freue ich mich auf Mario Kart 8, unter anderem. Da werden erstmal neue Strecken sein, die Spaß machen. Und nicht Tausende, die einem schon zum Ankotzen ankotzen. Zum Kotzen ankotzen, meine ich. Ähm. Ich frage bei Thumbnails und ich meine damit... Alter. Ähm. Ich meinte damit, dass ich gerne... Also, ich will sie nicht so mit Standardsachen füllen. Oh, scheiße. Hallo, ich hab dich doch auch angestupst. Junge. Du Arschgesicht. Entschuldigung. Nagi ist das voll bescheuert. Ach, Manu. Ich meine, die Beleidigung ist bescheuert. Also. Äh. Faden verloren mal wieder. Alter. Gut, dass ich den nicht schon benutze. So. Düm, 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 düm. Ja, ich hab den Faden verloren und deswegen weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Ich hab ja schon mal erwähnt in einem Mario Kart Part, dass ich nicht so Sachen aus dem Internet holen möchte für die Thumbnails und sowas. Sondern lieber halt selbst... Alter, Idiot. Sondern lieber selbst was zeichne oder so. Nur das Problem ist, dass ich mit meinen Künsten nicht zufrieden bin, dass ich das machen kann. Aber vielleicht lass... Also, lass ich mir noch was einfallen, dass ich das machen kann. Und zwar so, dass ich auch wirklich vielleicht, ich weiß nicht, für jeden Part was Eigenes und Neues hab. Aber das muss ich mir erst überlegen, weil das ist viel Arbeit und noch mehr Arbeit, als ich jetzt mache. Und ich drück mich ja jetzt schon vor dem Thumbnail machen, deswegen... Weiß ich nicht, ob ich das machen kann und durchziehen kann. Aber sonst, das wär ganz cool. Scheiße, ich wollte die Abkürzung nehmen. Hui. Okay. Ja, vor allem... Mist. Nein. Puh. Nein. Wihi. Die Valuigi ist schon irgendwie süß. Nein. Oh. Schnell. Ich hätte noch den Pilz einsetzen müssen, aber egal. Das krieg ich noch hin. Das krieg ich noch hin. Vierter Platz. Ist okay. Ist zum Überleben okay. So. Wir kriegen Pluspunkte. Wow. Also, so. Die Bilanz ist plus 93 Punkte. Für den heutigen Tag. Das ist gut. Nächstes Rennen. Och, Mann. Das gibt's doch nicht. Ich nehme nur diese scheiß Piste. Wer weht die? Hallo und willkommen zu einer neuen Piste. Sollte nicht Mario Kart, sondern Maris Piste heißen oder so. Oh, fuck. Entschuldigung. Ich bin so schlecht. Okay. Und jetzt fang ich schon wieder an mit M. Wie kann man sich das abgewöhnen? Man sagt mir das. Sagt mir das. Ich will das nicht mehr haben. Es nervt doch jeden auf der Welt und mich eingeschlossen. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Ach, Gott. Okay, ganz ruhig. Was kann ich noch sagen? Ja, ich kann einfach summen und mitsingen und bescheuert werden. Und das kann ich auch so. Und das bin ich wahrscheinlich schon. Aber... Hm? Wer interessiert? Mich interessiert es. Und ich labere nur noch Mist, weil ich nicht weiß, was ich sagen will. Weil... Alles schon von... Ja, das war klar. Wieso habe ich nur den Pilz genommen? Wieso? Na, danke. Nee, 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 nee. Nein. Alter. Ich bin so blöd. Wieso bin ich so blöd? Okay. Ich glaube, die letzte Strecke wird einfach nur irgendwie Ausrasterei und... Was weiß ich. Gestörtheit und Heulerei und vielleicht... Oh, haben die einen Vorsprung? Ich so... Oh, tut mir schlecht. Bitte ein Bullet. Bitte, bitte. Ja. Aber das ist sowieso das letzte Rennen. Also... Dass ich die noch einhole... Äh... Den letzten Loser habe ich auch geschafft. Nur zwei letzte Loser. Yeah. Oh. Stimmt, ich wollte nur sagen, genau das ist mir noch eingefallen. Ich hoffe, die Server sind einigermaßen okay für Maricard 8. Ich bin schon gespannt, wie das da abläuft. Weil hier, naja, ständig Disconnects. Egal, wie gut das Internet ist, was man hat. Und so. Und das ist, naja. Okay, danke fürs Zusehen. Das war das letzte Rennen. Und ich freue mich, wenn ihr dabei seid im nächsten Rennen. Im nächsten Part, meine ich. Ich labere Müll und ich sollte aufhören. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.